ja wie viel stein fliegen das schaffst du nicht so gehör kommst du nicht hin na gut ich folge bänder mir egal ich bin doch nicht warum habe ich immer guten lud gehabt ja aber zu viertform lud mich halt dann fliegt ihr halt weiter nach mülter ja ja und du fliegt nach mülter power kann ich wenn du wirst ich fliege ruhig von hier aus bis an bis nach style vor geht direkt fasch und ziehen es geht dann stimmt doch nach style kann ich fliegen würde ich flugzeug fliegt ja dran vorbei aber ich meine wenn ich jetzt hier raus springen würde also ich habe jetzt bin jetzt einfach mal gefolgt wenn ihr wollt ihr könnt das erste match war eigentlich gut das erste match war eigentlich gut bis auf die fucking zone das war ein problem ist einfach so weit spielen bis hier also richtig gut waren und dann sagen die mein spiel ist abgeschmiert und dann die idee ist gut die idee ist gut lila so machen wir es vielleicht sollten wir das noch mal das auto nehmen oder du kommst mit mir zur farm übrigens ist die m16 gar nicht so schlecht als sniper geeignet und zwei rucksack bei mir oben mk12 und zwei rucksack ja das ist gut das ist gut weil rucksack ist für mich sehr praktisch die granate kommt jetzt eigentlich das gute alte pub g2 raus oder ist es immer nur fake news was man da hört die zwei haben sie gesagt würde könnte es gegenüber wie was goldman sachs hat kraften also der publisher von pub g gesagt sie entwickeln ist sie arbeiten momentan am game mit 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 anderen engine 5 es könnte natürlich auch sein dass es nicht pub g ist also keine ahnung aber es ist halt irgendwas ähnliches ja aber ich sag mal so also es würde schon sinn machen also ich verzeigen wir laufen zu den zwei anderen zwei ja oder wollte die fahrrad fahren ich habe hier ein fahrrad gefunden ja gute idee wenn es uns jetzt noch rüber wirft und noch ein zweites drauf legt dann klappt das auch ich habe noch niemand hält aus der zaune ich bin fast drin so ich habe nur wenig naja ich brauche noch eine zweite waffe und bis ja bei mir tauchenweise mk 12 mutter schrottflinte warte auf uns hast du die häuser da vorne gelootet taxi sehr gut hast du ein taxi skin ich will auch ein taxi wo kriegt man taxi skin her es ist ein gutschein die man ja dann fahr weiter links leer da bin rechts wenn du plündert dann vor meiner markierung meine markierung gehen da ist auch guter loot das verheimlichen von einem schrägwisier wird mit todesstrafe bestraft alles klar schrägwisier warum warum für was brauchst du ein schrägwisier erweiter des magasin handfeuer war für mausen mausen ist kacke brauche ich nicht brauche ich nicht ich habe auch irgendwas komisches gehört ja aber ich weiß ich dachte eigentlich ist dann mal an magenknurren von dir naja es wird gleich die krankheit gehört folgen sind explodierende leila eine mini hat mir was gesehen ich bin der einzige sniper die da war die mausen ich habe nur mk 12 aber das war auf der anderen seite die mausen habe ich noch markiert falls du die willst die mag ich nicht spiele ich lieber die mk aber unser team hat schon ein paar gute sniper am start das muss man schon sagen vorhin auch der hit vom solberg auf den fand ich schon krass ich schieße ich geh du doch hoch ich schieße dich gleich an wer war zuerst da danke ich schlute noch das eine haus und dann fahren wir in die zone ja wir fahren dann aber diesmal in die zonen mitte ich weiß was der fehler war waren wir irgendwie in der zonen mitte und dann wurden wir von der zone überholt beim letzten mal wir waren nicht in der miete von der zone warum hat die zone dann so reingehauen da ist eine mark 12 und die hat sich bewegt da ist eine mark 12 ich komme zu dir nur ein 3er scope falls jemand ein 4er scope oder was höheres findet bitte bescheuze ich habe gerade jetzt schon ja und da bist du hier vor dem haus vor dem eingang ich habe nur ein 3er scope für man es mal wir brauchen irgendeinen high ground vielleicht probieren wir mal hier oder bei marmer k4 grün exakt gleichzeitig markiert vielleicht gefahren weil ich habe eine pistole oder wir schauen hier noch schnell vorbei und und muten da noch vielleicht ist da noch nut ja genau als zu viel grün ja ok da ja ok beifahrer gibt es aber nicht raus weil ich bin schussbereit ich zöger nicht ich schieße ja warne euch wenn mich erschreckt kriegt eine erwärmte kriegt man doch im kakao ouch vorsicht hier könnten wir nicht sein ne das hat man schon gemacht mein spiel leckt ihr lila express hat sie sicher ans ziel gebracht sehr gut lila express lila express auch war ja ich brauche nicht dings ich brauche eine scope für man es nur einfach ja ich bin die meisterin der wahl jaja klar ich meine richtige ein richtiges group ach so wahrscheinlich gefunden und vier habe ich jetzt besser als nix ich sehe sie gut aus hey lila wir tauschen was heißt du ich habe eine 4 16 spiele ich nicht und nach das scope obendrauf obendrauf mhm 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 wir haben auch wirklich einen achter dann schmeiß jetzt mal hier auf den boden nacht auf den boden achter so ja du verhandelst hart das ist aber auch sinnvoll ja weil nach hast du keinen achter ja ja genau so sind sie nämlich vielleicht dann guck doch einfach auf meine vektor ja warte zeig mal zeig mal nochmal hallo zeig oder ich schieß das sind sechser kein achter nur zu deiner info hier eine sks und ein leichter griff Leute wir müssen in die zone ich fahr ja kann jeder also auf geht's ouch ich bin gleich tot ja wie sowas machen wir Leute die müssen mich heilen soll ich vielleicht fahren nein niemals wir brauchen ein neues ziel ich würde sagen wir gehen grün irgendwo auf den berg obwohl wir müssen über die brücke ne shit warte angst gekriegt und wenn wir dahin gehen zu drei ne weißt du was ich die sorge habe dass die zone auf die andere seite geht da müssen wir später über die brücke pushen da mach nur zuerst und dann gucken wir wo die zone hingeht ja ok ja ja wir haben keinen kofferraum ne shit ich hab gar nicht ich hab nicht mal einen koffer gefunden ich hab ein medikit brauch ich aber selber fünf verbannt und eine adrenalinspritze eigentlich fast umgebracht da steht einer hinter der bus haltestelle ja hab ihn hab ihn weiter ja wir bleiben hier kurz stehen oder ja ach so das first aid hat noch irgendjemand gebraucht ne droppt das hier ich hab hier zwei first hier liegen und hier ist ein extended quick draw auch noch sks will jemand ne ich suche einen karabiner bin schon die la karabiner gegen sks ne die sks bin ich nicht gut ich will karabiner spielen da ist ein gegner das ist tot ich steh ich steh ich steh ich steh auf der tür wir müssen aufpassen hey das sind noch gegner leute wo denn ich hab grad einen weg gemacht der einen von 80 millionen einen von 80 millionen warte was geht bei uns geht einiges schief gut sein dass da noch ein paar tüts rumleuchten hier vorsicht bitte also ich sehe keinen mehr ich glaube wir haben sie alle ausgeräusche flugzeug flugzeug so jetzt augen auf bei der zone jetzt müssen wir uns mal konzentrieren jetzt schauen wir mal ob die zone hingeht ja da ist eine mini habe ich schon markiert ich habe ein eigenes fahrzeug gegner von hinten mini ich komm gegner von hinten sehe sie nicht sind hinter der gruppe glaube ich bänder ja 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 mini mit sechs fach gegen karabiner mit vier fach wir müssen über die brücke fahren wir müssen über die brücke fahren gegner hier was auf gehts zum aufer gegner bist du entstanden pappen ja mini mini liegt da vorne mini liegt hier und ich mach aber noch mein fach ich würde sagen rein ins auto kommt ihr zum auto ihr beiden gleich das gibt mir nicht mein safe sechs fach brauchst du es ja ich habe ein eigenes fahrzeug wir sehen uns ok also machen wir noch schnell platt hier da krabbelt schon alle ins auto wohin gehen fahren wir wir schnappen uns jetzt wir müssen über die brücke ne also wir gehen dann auf den high ground hier wir können auch dahin gehen nein weil da müssen wir später über die brücke pushen dann fahrt ihr voraus ich habe keinen schutz blutchip transmitter ja und ich habe so genau das spät der spender kann sterben so ich so heißt man spruch wenn der kann sterben aber wofür hast du hin ich fahre zur brücke wir sehen uns auf der anderen seite see you on the other side alles klar ich habe du fällst auf ihr recht sorry ich wurde abgelenkt die schießen auf uns die schießen auf uns wurde abgelenkt von einer gewissen person die in unserem haushalt lebt toll dem bleiben verkehrskontrolle du bist auto kann nicht mehr aber im sterben trotzdem verkehrskontrolle ich komme blödes auto einen kann ich mitnehmen Lila komm rein rauf aufs moped da komm da ist jetzt wir fahren zu meinem marke komm hast du einen oder was ja high ground high ground wird gelootet mitten in der zone lass doch dahin das eine gebäude gehen da vorne oder bist du da nein ja gelber marke ist gut gelber marke ist gut komm mal da aufs dach dach wird blöd weil wir weil wir sind mittig weshalb ja ist okay aber das das ding ist gut ja das stimmt das lässt sich gut verteidigen das passt gut da können wir uns doch jetzt da können wir es uns doch jetzt gemütlich machen halt leider gottes nur ein vierer scope das ist das einzige was nervig ist noch 22 am leben keiner hat den bock mir fünffach money zu geben fünffach money? ja hoffenweise fünffach money habe ich auch lieber ich habe meine e-gitarre drückt an den seiten solberg schießt du? ja da unten und ich schieß ernsthaft und ich werfen bei der machete hinter dem stein blauer marke ich sehe 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 ich habe ihn geholt ich habe ihn geholt ja die pushen rauf zu uns ja die ich habe gerade einen gesehen ich glaube der schwimmt jetzt durch den fluss ey was ist da passiert markier mal der markiert der markiert ist der am stein weg? ja der am stein ist habe ich irgendwie fast ein schuss ein kill ja ich habe ihn schon angeschossen ich gucke gerade ob in der stadt irgendwo noch einer rumlungert wir hatten das auto in die luft gejagt an der brücke keine ahnung ok ich habe gerade Angst bekommen ich glaube es kommt demnächst noch einer aus dem wasser raus wo? wo? irgendwo hier unten an meinem marker oder ich habe da ich glaube ich habe einen ins wasser laufen sehen aber ich sehe ihn nicht mehr kein marker ist grün oder? ja grüner marker ja ich habe einen verbarrikt hat dir im wund hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns Sniper 320 wo? schalldämpfer Sniper hat jemand von euch einen Schalli? nee was war das gerade? wer hat Lila geplättet? irgend so ein Dude mit einer AWM Schalli Sniper ja der ist bei der muss irgendwo hier sein ich habe ihn gehört grüner Marker grüner Marker grüner Marker ist direkt vor dir ja ich weiß da habe ich ihn zumindest gehört ich sehe einen lass die Zone ihn auf uns zu pushen lass die Zone ihn auf uns zu pushen geht mal alle in die Zone und ich versuche hier den Typen dann zu plätten aufschauen scheiße die pushen zu unserem Haus die sind bei uns im Haus mit dem Auto alter Schalter ok komplettes Team ok wir haben noch links irgendwo einen Sniper der uns äh die sind alle am Haus es sind vier Leute am Haus ja aber es sind insgesamt noch zehn auf dem Server wer fährt Auto? die sind die im oder am Haus? die sind mittlerweile im Haus wer fährt jetzt Auto? das ist das gegnerische Team die haben zwei Autos einer hat ein weißes und ein URZ die sind direkt vor mir wir holen jetzt die Crate ja die schießen jetzt auf das andere Team was von rechts pusht ja schießt da nicht drauf die machen euch sonst sofort weg die sind im Rücken ich könnte in einen nocken die sind im Rücken von euch und haben High Ground und ihr habt keine Chance wenn die raus außerdem haben die äh da unten lungert einer außerdem haben die Level 3 Gear die kommen zu uns keine Ahnung ey was will man nun schon wieder rein 3 auf von mir liegt eine das ist ein Motorrad wir 3 und die 4 zumindest werden wir Zweiter wir müssen in die Zone das waren die Typen ja genau das waren die Typen die mich gekillt haben ja genau jetzt müsst ihr auf die zu pushen eine ist dahinter oha weg damit nice ey das heißt wir sind 3-3 ja vorsichtig na die sind da am Hügel ich weiß ich weiß du bist ich auch ein Lela ich genockt bin da rauchgranate bin da nach hinten rauchgranate nach hinten rauchgranate nach hinten rauchgranate nicht so weit ok 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 zu spät jetzt kriegt das sowieso von der Zone 1 schmeiß raufgranaten und push rein ich hab nicht mehr die lauft einer läuft links und einer läuft rechts heilen heilen die URZ kommt ja die granate war nicht schlecht naja geht so haben wir schon schlimmer gespielt Vielen Dank.